Andreas Leiter Reber war von 2017 bis 2023 Obmann der Südtiroler Freiheitlichen. Nach der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren gelang ihm zusammen mit seiner Parteikollegin Uli Mayer der Einzug ins Parlament in Bozen. Er kandidiert am 22. Oktober erneut für den Südtiroler Landtag. Grüße Gott, Herr Leiter Reber. Grüß Gott, es braucht es bald, mich dabei zu sein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Leiter Reber, Ihre Partei, die Südtiroler Freiheitlichen, erlitt ja bei den Landtagswahlen 2018 wie auch andere heimatverbundene deutsche Parteien starke Verluste. Wie glauben Sie, die Bürger im Oktober für ihre Ziele begeistern zu können? Ich glaube, dass die Partei durch ihr klare Programm und wir insgesamt mit überzeugenden Kandidaten auch punkten werden. Und ich persönlich sage es auch ganz offen, es war meine erste Legislaturperiode und ich habe in diesen fünf Jahren mich wirklich für jene Themen eingesetzt, die den Südtirolern unter den Nägeln beinen. Und man muss es offen sagen, Südtirol ist ein Hochpreisland. Man kommt gerne nach Südtirol, um in den Urlaub zu fahren, um bei uns gut zu essen und die schöne Landschaft zu genießen. Aber immer weniger Einheimische können sich dieses Land noch leisten. Und hier arbeiten wir Freiheitliche ganz aktiv. Die Südtiroler Freiheit hält ja an der Forderung nach Selbstbestimmung für die Südtiroler fest und wünscht auch eine Rückkehr zum Mutterland Österreich. Ihre Partei präsentierte ja vor Jahren die Idee eines Freistaates Südtirol. Wie stehen Sie heute dazu? Und ist das Thema der Zugehörigkeit zu Italien noch etwas, das breite Teile der Südtiroler in der reichsten Provinz Italiens bewegt? Man muss sich präzisieren. Wir sind nicht die reichste Provinz, wir sind die teuerste. Das Thema Zugehörigkeit zu Italien ist nach wie vor ein Thema, aber es ist nicht mehr so, wie es vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg gefühlt war, sondern wir müssen heute eben die Südtiroler dort abholen, wo sie stehen. Und ich kenne meine Landsleute sehr gut und sehr viele von ihnen auch nach 100 Jahren Zugehörigkeit zu Italien fühlen sich noch immer nicht als Italiener, aber sie fühlen sich eben auch nicht als Österreicher, sondern sehr viele fühlen sich als Südtiroler. Wir sind Deutsche, wir sind Italiener, wir sind Lariner und gemeinsam sind wir Südtiroler. Das wäre so auch die Idealvorstellung, wohin wir wollen und deshalb auch unsere Forderung, der Weiterentwicklung dieser Autonomie zur Selbstständigkeit. Denn das ist nach wie vor eines meiner Hauptziele, wo ich sage, das große Ziel neben den ganzen Alltagsproblemen ist es wirklich, die souveränität und die Eigenständigkeit unseres Landes zu bekommen. Die kleine Schweiz. Verstehe. Die Freiheitlichen galten immer als Schwesterpartei zur FPÖ. Wie sieht der Kontakt heute aus und stimmt es, dass Ihre neue Parteiobfrau sich von FPÖ-Chef Herbert Kickl distanziert? Da bin ich froh um diese Frage, damit ich da eines gleich klarstellen kann. Unsere neue Parteiobfrau hat sich nicht von Herbert Kickl distanziert, sondern von der Opposition gegenüber den Kärnten aus Slowenen. Da hat es irgendeine Aussendung, glaube ich, gegeben. Und das zeigt einfach, bitte einmal, wir Südtiroler sind, was, wenn es um Wolfsburgenschutz geht, finden wir einfach sehr sensibel. Und man muss es einfach sagen, eine klassische Rechtspartei, egal ob in Italien, Österreich oder Deutschland, die schaut natürlich auf die eigenen Volksgruppen. Für die anderen Volksgruppen sind sie da meistens nicht so sensibel. Wir sehen es bei den Rechtsparteien von Giorgia Meloni oder Matteo Salvini, die natürlich für die Italiener in Slowenien eintreten, aber immer noch gegen die gewachsenen historischen Ausnahmen in Südtirol sind. Zum Beispiel, also das, glaube ich, liegt ein bisschen in der Natur der Dinge und das hat sie angefangen, aber das war es auch schon. Ich habe es schon gehört, es sind ja schon Abmachungen, man fährt dann zu. Und Martini treibt schon deswegen, das kann diesbezüglich entdeckt werden. Sie haben gerade Frau Meloni erwähnt, das passt auch zur nächsten Frage. Stichwort Einwanderung. Aktuell sehen wir täglich, wie auf Lampedusa Massen von Afrikanern anlanden und Italien von einem neuerlichen Asyltsunami überrollt wird. Welche Auswirkungen hat das auf Südtirol und wieso unternimmt Melonis Rechtsregierung entgegen ihren Wahlkampfversprechen eigentlich nichts dagegen? Ja, das ist bezeichnend und man sieht, wir haben mit Meloni und Salvini wahrscheinlich die rechteste Regierung, die es in einer Demokratie in Europa überhaupt geben kann. Und trotzdem steigen die Flüchtlingszahlen. Und das heißt, da sieht man einfach, dass die europäische Staatengemeinschaft es zusammen nicht auf die Reihe kriegt, die Außengrenzen zu schließen, Bankerzentren außerhalb der EU-Grenzen einzurichten. Und Italien wird hier auch wirklich allein gelassen. Und das kann es nicht sein. Und uns Südtirol trifft es natürlich doppelt. Und ich will es auch kurz erklären. Aufgrund der drei Volksgruppen, die wir hier haben, ist das Zusammenleben ja eh relativ schwierig. Beziehungsweise, man muss Rücksicht nehmen. Und ein Migran aus Afrika oder aus dem arabischen Raum, der kommt nicht in ein Minderheitengebiet, wo wir zwei Landes sprachen, kommt zu dem, der kommt nach Italien. Der wird morgen Italienisch sprechen, der wird auch morgen italienische Parteien wählen. Und deshalb ist es für uns doppelt schwierig. Nur, man muss ganz offen sagen, Südtirol als Land hat keinerlei Zuständigkeiten. Wir haben weder Kompetenzen, was die Staatsbürgerschaft anbelangt, noch was Abschiebungen anbelangt, noch haben wir eine eigene Landespolizei, wie sie jedes deutsches Bundesland hat. Deswegen, sanob gesagt, Südtirol hat in der Reihenwanderungsfrage gleich viel Zuständigkeit wie der Bungau oder das Waldviertel. Und deshalb ist es auch für uns so mühsam, auch als freiheitliche Partei in Südtirol ohne jegliche Zuständigkeit reagieren zu müssen. Wenn man sich die Südtiroler Parteienlandschaft ansieht, bemerkt man eine starke Zersplitterung, gerade zwischen coronakritischen und patriotischen Gruppen. Wie beurteilen Sie diese Situation? Ja, wir erleben eine Italianisierung und eine Amerikanisierung der Politik und auch der Parteienlandschaft. Es zählen in Südtirol weniger Inhalte, Programme, Überzeugungen, sondern immer mehr einzelne Figuren. Das erleben wir auch in anderen europäischen Ländern, aber in Südtirol derzeit ganz besonders. Und ich glaube, dass es auch deshalb so leicht ist, in Südtirol mit so Einzelparteien und One-Man-Shows zu starten, denn es gibt bei uns gar keine Parteienfinanzierung und somit auch fehlen den klassischen Parteien die Strukturen. Und wir starten somit alle auf los mit den gleichen Voraussetzungen. Und es ist schon zu erkennen, dass die Menschen einfach was Neues wollen, Hauptsache was Neues. Also Veränderung suchen nur der Veränderung willen. Und ich muss die Gelegenheit nutzen, auch ein bisschen noch einmal ins Bewusstsein zu rücken. In Südtirol regiert seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Südtiroler die Demokratie kennen, regiert die Südtiroler Volkspartei seit über 75 Jahren durch mit einem italienischen Partner. Und diese Volkspartei ist keine klassische Volkspartei, sondern eine Samy-Partei von links bis rechts. Es gibt in Südtirol zum Beispiel keine sozialdemokratische Partei. Das ist auch ein Spezifikum. Und hier gilt es wirklich, das ist auch meine Überzeugung, es macht wenig Unterschied, ob es jetzt zwei oder drei patriotische Gruppierungen gibt oder Parteien. Das Ziel muss es sein, diese Volkspartei, diese Vorherrscher einer einzigen Partei zu brechen. Erst dann kann eine Veränderung in Südtirol stattfinden. Herr Leiter Reber, viel, viel Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Alles, alles Gute nach Südtirol. Gerne und liebe Grüße nach Ihnen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.